Heute möchte ich euch unsere neue verzahnte Verbindung zwischen Kurbelwelle und Kupplung vorstellen und zeigen, was wir da alles haben. Und am Ende erkläre ich euch noch unsere neue Kupplung. Als erstes seht ihr hier vorne die Kurbelwelle aus unserem BFA-306-Motor. Das ist eine sehr massive Kurbelwelle und die hat hier auf der Kupplungsseite eine Verzahnung. Und diese Verzahnung dient dazu, dass die Kurbelwelle die Kraft auch zuverlässig an die Kupplung weitergeben kann. Und da kann man so eine Kupplung ganz einfach draufstecken. Dass jetzt das Innenteil einer Kupplung steckt. Und dann später kann man es auch wieder ganz einfach abziehen, ohne dass irgendwas passiert. Diese Kurbelwelle ist auch in unserem SIP-Sprinter drin mit über 70 PS. Und da kann man auch nach mehreren Rennläufen und sowas kann man einfach die Schraube lösen und mit Hand die Kupplung abziehen und es sieht alles aus wie neu. Also diese Verzahnung ist wirklich kugelsicher. Und ja, also haben wir uns gedacht, wenn diese Verzahnung so gut ist, dann sollten wir die auch auf mehreren Produkten haben. Also haben wir normale Kurbelwellen angefertigt oder anfertigen lassen mit dieser Verzahnung. Das ist hier, seht ihr, Wellen für normale PX-Motoren. Einmal eine 60er Welle, eine 62er Welle und da haben wir halt auch diese Verzahnung eingebracht. Und man sieht, man kann hier so eine BFA-Kupplung nehmen und aufstecken. Ganz einfach. Gut, die haben wir schon einige Zeit im Programm, aber damit man nicht nur die teure BFA-Kupplung verwenden kann, die ja sehr aufwendig ist, haben wir auch Innenteile für die ganz normalen CNC-Kupplungen. Also CNC, gefräste COSA-Kupplungen, haben wir Innenteile fertigen lassen, die ebenfalls auf diese Verzahnung passen. Die könnt ihr als ganze Kupplung kaufen. Die könnt ihr als Set mit dem Kupplungskorb kaufen. Und wir haben sie auch einzeln im Programm. Also, wenn ihr schon eine solche Kupplung habt, könnt ihr die ganz einfach nachrüsten auf dieses neuere System. Ihr kauft nur dieses Teil und könnt eure vorhandene Kupplung auf diese neuen Kurbelwellen aufschrauben. Das heißt also, wir hatten zu diesem Zeitpunkt die normalen COSA-Kupplungen mit der Verzahnung und die gute BFA-Kupplung. Das hier ist die neue Version der BFA-Kupplung, die 2.0er. Darauf gehe ich ein bisschen später ein. Und wir haben uns dann gedacht, dieses Prinzip der BFA-Kupplung, das ist ja wirklich gut. Das funktioniert super, das wollen viele Kunden haben, aber es ist halt eine Hürde, die BFA-Kupplung zu kaufen, weil die halt wirklich sehr teuer ist und für viele Alltagsmotoren war das ein bisschen zu heftig, da eine so teure Kupplung einzusetzen. Also haben wir uns gedacht, wir leiten von dieser Kupplung eine etwas vereinfachte Version ab. Und da ist dann diese Kupplung entstanden. Unsere neue Supersport-Kupplung, ich habe hier zwei Varianten hingelegt. Standard, PX oder Large Frame Flansch, kann man von hier ganz gut sehen. Hier ist ein ganz normaler Standard-Flansch. Damit kann man das in jeden vorhandenen Motor einbauen, mehr oder weniger. Und die zweite Version hat die Verzahnung, über die ich eben gesprochen habe. Das heißt, das ist halt die Kupplung, die ihr ja sowohl auf die BFA-Welle als auch auf unsere neuen PX-Wellen schrauben könnt. Ich zeige euch nochmal. Einfach aufstecken und festziehen. Wir sind sogar die Newtonmeter angegeben, 45 Newtonmeter, und das hält die ersten 100 Jahre problemlos. Aber es gibt für diese Art Kupplung, für diese mit dem Inversen-System, also das heißt, der innere Korb dreht auf der Kurbelwelle, da gibt es spezielle Primärzahnräder. Und wir hatten von der BFA-Kupplung nur drei Primärzahnräder. 22, 23 und 24, auch noch gerade verzahnt für sportliche Übersetzung. Und jetzt haben wir neun Primärzahnräder im Angebot, drei schräg verzahnte und sechs gerade verzahnte. Wenn ihr online in unser Sortiment guckt, werdet ihr euch vielleicht wundern, dass die unterschiedlich teuer sind. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Als wir das BFA-Projekt damals übernommen haben, haben wir uns entschieden, alle Teile weiter in Italien fertigen zu lassen. Das sind bei sehr guten, hochqualitativen Unternehmen. Das ist natürlich auch nicht billig. Als wir dann die neue Supersport-Kupplung konstruiert haben, wollten wir das Ganze sehr erschwinglich machen und haben deswegen auch Zahnräder produzieren lassen, die außerhalb Europas gefertigt werden. Man erkennt den Unterschied kaum, außer am Preis. Aber, falls ihr euch jetzt Sorgen macht, okay, wenn die jetzt nicht in Italien gefertigt werden, sind die schlechter von der Qualität, ist das überhaupt getestet worden? Also, wir fahren diese Zahnräder schon seit einiger Zeit in einigen Testrollern. Ein Roller hat über 3000 Kilometer zurückgelegt mit 30 PS. Ein anderer Testroller, in dem wir die Kupplung getestet haben mit den neuen Verzahnungen. Das ist ein Beschleunigungs-Rennroller mit über 50 PS, wo wir halt auch wirklich versucht haben, die Kupplung zu zerstören und absichtlich uns so zu verhalten, dass die Kupplung nicht überlebt. Hat alles überlebt, sowohl Kupplung als auch Zahnräder. Dann möchte ich euch als nächstes erklären, warum wir jetzt eine solche Bandbreite an Kupplung anbieten. Diese ist eine Kupplung, die schon sehr, sehr gut funktioniert, mit der es nur noch sehr, sehr wenig Probleme gibt und die eigentlich, ja, eigentlich die meisten Anforderungen erfüllt an eine Kupplung. Allerdings, als wir die BFA-Kupplung getestet haben, haben wir festgestellt, dass sie noch mal ein bisschen besser ist im Einschleifverhalten, dass sie noch mal ein bisschen mehr Kraft übertragen kann und an mehreren Stellen einfach noch mal eine Schippe drauflegt in Funktion und Haltbarkeit. Das hier ist jetzt unsere neue 2.0-Version. Das ist wirklich die Kupplung, die selbst bei 50, 60 PS immer noch kugelsicher ist. Die 2.0-Version hat bestimmte Änderungen erfahren. Das sind im Normalfall Detailänderungen. Wir haben bestimmte Toleranzen minimiert, wir haben bestimmte Wandstärken noch mal verstärkt und der Korb ist jetzt gehärtet. Der Hersteller der Belege, der hat leider das Material, das Trägermaterial, geändert. Der hat ein etwas härteres Material genommen als früher. Also waren wir gezwungen zu handeln und haben auch unseren Korb härten lassen, dass der wieder härter ist als die Belege. Was kann jetzt also die neue SIPP-Super-Sport-Kupplung? Wie gesagt, auch hier dreht sich der Innenkorb auf der Kurbelwelle. Dieses Teil ist das, was mit der Kurbelwelle verbunden wird. Bei der alten, bei der originalen Bauweise der Kupplung wird der Außenkorb mit der Kupplung verbunden. Der ist über dieses Teil hier. Da sind die Federn drin. Das wird hier aufgesteckt. Das ist das Teil, was mit der Kupplung verbunden ist. Das heißt, wenn ihr die Kupplung zieht, dreht sich dieses ganze Teil weiter mit. Ich kann mal kurz demonstrieren, was das so an Gewicht ausmacht. 710, 720 Gramm. 220 Gramm. So, das sind also 500 Gramm Gewichtsersparnis bei dem Korb, der auf der Kurbelwelle läuft. Das hat einfach den Vorteil, dass die Kupplung sich schöner einschleifen lässt. Es lässt sich besser anfahren. Und gerade bei einer Kupplung, die wie im Latschwellmotor auf der Kurbelwelle sitzt, ist das schon ein Faktor, den man wirklich merkt. Zusätzlich ist die neue Kupplung natürlich auch noch ziemlich leicht. Ich kann ja mal die ganze Kupplung im Vergleich wiegen. 1 Kilo und 10 Gramm. Und hier die Ultrastrong in herkömmlicher Bauweise 300 Gramm schwere. Also, man sieht, die Hauptgewichtsersparnis ist bei dem Korb, der sich auf der Kurbelwelle dreht. Aber auch die gesamte Kupplung ist ein ganzes Stück leichter als die in herkömmlicher Bauweise. Ein weiterer ganz großer Vorteil an der Kupplung ist, dass sie vier ganze Belege hat. Das heißt, beide Seiten von jedem Belag werden belastet und übertragen die Kraft. Bei einer herkömmlichen Kupplung hat man eigentlich nur dreieinhalb Belege, weil der unterste Belag die Abdeckung ist. Also, das heißt, ich habe sieben Reibflächen, während ich bei der Kupplung acht habe. Das heißt, das Ding kann mehr Kraft übertragen. Wir haben eine ganze Palette an neuen Teilen für unsere Verbindung, für unsere verzahnte Verbindung von Kurbelwelle und Kupplung. Eine Verbindung, die wirklich das Leben ein ganzes Stück leichter macht, weil sie es sehr leicht montieren lässt, es gibt keinen Keil, den man bei der Montage verlieren kann oder ähnliches. Und weil sie sich auch sehr leicht wieder demontieren lässt, es gibt keine festgebackenen Kupplungen und sie kann mehr Kraft übertragen, als euer Motor wahrscheinlich jemals haben wird. Dann, ganz wichtig, es gibt unsere neue Supersport-Kupplung, die ähnliche Spezifikationen hat wie die BFA-Kupplung, allerdings in einem deutlich angenehmeren Preisbereich. Und zu guter Letzt haben wir noch neun verschiedene Übersetzungen für die Supersport- und BFA-Kupplung. Wenn ihr euch jetzt für die Teile interessiert, was ich sehr hoffe, dann schaut einmal unten in die Videobeschreibung, da sind alle Einzelteile verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen ein Abo zu machen und das Video zu liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.